In Excel-Tabellen kann ich mir jederzeit die Ergebnisseile anzeigen lassen und diese auch anpassen. Hallo und willkommen zu diesem 849. Excel-Tutorial auf diesem Kanal. Und kurz Werbung noch in eigener Sache, mein Zweitkanal ATXL, da passiert auch einiges momentan. Da gibt es auch neue Titel, vielleicht schaut doch mal vorbei und hinterlasst ein Abo. So, hier habe ich eine, ja, das ist ein Datenbereich, ich drücke mal STRG A, der Zusammenhang, Überschriften hat, Zeilen, Überschriften, den kann ich mit STRG T oder dem Schalter als Tabelle formatieren. Ich muss nur drinstehen, als Tabelle formatieren, auch in eine Tabelle wandeln. So, dann bekommt das Ding hier Überschriften und es gibt ja den Schalter Ergebnisseile. Dort sehe ich auch STRG Großschreibtaste T, STRG Großschreibtaste T, damit kann ich jederzeit die Ergebnisseile unten einblenden. Ich muss also nicht immer erst, ja gut, in die Tabelle muss ich schon klicken, aber ich muss nicht immer auf Tabellentools klicken, um die Ergebnisseile zu aktivieren. STRG Großschreibtaste T. Diese Ergebnisseile, das ist nur ein Vorschlag. Man kann ja dort auswählen, welche Funktion man sieht. Das ist aber jetzt nicht Summe, das ist Teilergebnis. Die Funktion Teilergebnis, die hier mit dem Parameter 109 halt die Summe dieser Daten aufnimmt. Diese Zeile da unten, wenn ich die einmal ausblende mit STRG Großschreibtaste T, kommt dann auch genauso, wie ich sie angepasst habe, wieder und ist auch anpassbar. Also, wenn ich hier zum Beispiel die Summe ebenfalls habe, hier unten, ich habe das Wort Ergebnis durch Summe ausgetauscht, aber jetzt zum Beispiel Namen wegfilter und jetzt OK klicke, sehe ich zusätzlich noch, welchen Anteil meiner Werte, also ich sehe eine angepasste Summe und welchen Anteil der Werte ich hier habe. Ich habe hier die Formel genutzt, Moment, ich stelle mich mal da drunter, mache ein Hochkomma, drücke STRG Komma. Ja, ich habe hier eine Formel genutzt nach dem Motto, zeig mir die Summe. Das sehe ich ja, aber hier mit Teilergebnis. Und falls die Anzahl der Namen hier, die ja ungefiltert ein bisschen länger ist, nicht mit der aktuellen Filterung übereinstimmt, dann soll er mir einen Zeilenwechsel machen und dort soll er mir teilen, Moment, da steht er weiter rechts, soll er mir teilen einmal den aktuell gefilterten Summenwert durch den Komplettsummenwert. Also man kann hier mit Formeln drin arbeiten. Ich packe die Formel hier für den Screenshot noch einmal rein, die kann man sich dann abtippen. So, da ist die Formel. Moment, vielleicht ein bisschen besser sichtbar. Ich mache mal was, was ich sonst nicht mache. Verbinden und zentrieren und Textumbruch. So, hier ist die Funktion. Oh, ich muss das sogar noch ein bisschen breiter machen, damit hier alles sichtbar ist. So, also, man kann das hier anpassen jederzeit. Ich kann mit STRG-Großschreibtaste T die Formel wegnehmen, wiederholen, nur beim Wiederholen, wenn ich einmal weggenommen habe und die ist eigentlich ja höher, die Zeile, die Zeilenhöhe muss ich dann eventuell noch mal händisch anpassen. Also, hier bei der Auswahl, bei der Aktualisierung der Auswahl, wird die Zeilenhöhe beibehalten, ist die unten alles dynamisch, filter ich die aber weg, also blende ich die aus mit, ich kann auch da oben auf Tabellentools, auf Ergebnisseile klicken, blende ich die aus und hole sie wieder, hat sie wieder die normal Standardgröße. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, fürs Interesse, fürs Weiterempfehlen und bis zum nächsten Video.